Herzlich Willkommen zu dieser neuen Super Smash Bros. Ultimate Folge und wisst ihr was, ich hatte so das coole Roy Video gerade aufgenommen, aber natürlich wurden irgendwie aus irgendeinem Grund die Einstellungen zurückgesetzt bei, ähm, bei der Capture Card, die ich benutze, also nicht bei der Capture Card, sondern bei OBS. Ich habe ganz vergessen, was Bylaws für eine Range hat. Ähm, oh Gott, ich habe, also wie hat der komplette Range des Todes? Okay, das ist nicht so geil scheinbar. Ähm, ja, könnte lustig werden, ne? Okay, also Bylaws hat eine sehr gute Range, also wirklich eine sehr, sehr gute. Und hat sich nicht getötet, schade. Oh Gott, sie kann sich vor allem auch so richtig gut wieder hinziehen zur Stage, was sehr nervig werden können tatsächlich. Ähm, sehr nervig werden können tatsächlich. Gut, also wie gesagt, ich habe gerade, äh, schon ein ziemlich gutes Video meines Erachtens aufgenommen, was leider jetzt, ja, durch OBS oder so nicht mehr da ist. Das ist blöd, da kann ich leider nichts mehr ändern, aber was soll's. Ähm, gut, dann gewinne ich jetzt halt vielleicht nochmal gegen Bylaws, weil wer weiß. Oh Gott, nein! Sie spielt mit, ähm, gut, okay, du hast mich hier nicht bekommen. Aber sie spielt mit, ähm, Dingen mit, mit, mit Ult. Okay, das könnte interessant werden dann. Äh, ich weiß nämlich gar nicht genau, was Roy's Ult ist. Von daher hoffe ich mal, dass es dann überhaupt was wird mit mir. Aber was soll's. Äh, ja, es sieht gar nicht mal so schlecht aus, würde ich behaupten. Ja, würde ich definitiv behaupten. Gut, auf jeden Fall, was ich im Video davor auch noch angesprochen habe, war auch noch, ähm, okay, ich habe mich gut treffen lassen. Tatsächlich wollte ich mir Bylaws ja eigentlich auch holen, habe ich aber bisher immer noch nicht gemacht. Äh, muss ich definitiv noch machen, weil ich finde den Charakter oder die Charaktere oder wie auch immer ziemlich cool tatsächlich. Ähm, ja, wie gesagt, habe ich einfach noch nicht gemacht, weil ich 15 zu wenig hatte auf der Nintendo eShop-Card, was tatsächlich sehr belastend ist. Du bist noch nicht da und jetzt aber langsam mal irgendwie vielleicht. Und, du hast mich nicht erwischt, danke dafür. Äh, ja, jetzt aber. Aber, okay, ja, 2 zu 0, ich konnte meinen Ult nicht einsetzen, oder sei 2 zu 0. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Gut, ähm, was ich im Video davor noch angesprochen habe, war, dass ich Roy schon seit 8 Monaten nicht mehr in Videoform, ja, auf meinem Kanal gebracht habe. Ähm, gut. Ja, relativ eindeutig geworden. Und das letzte Smash-Video auch schon 2 Monate her ist und, ähm, ich bin wieder gegen dieselbe Gegnerin. Und, dass ich Roy aber seitdem schon mal nochmal gespielt habe. Okay, also wie gesagt, ich kenne mich mit Bylaws jetzt auch nicht wirklich aus, ist das Problem. Von daher glaube ich, dass ich eventuell auch noch verlieren könnte, obwohl ich das erste Match gewonnen habe. Was ja jetzt aber nicht heißt, dass ich das nächste auch gewinnen muss. Äh, gut, wie gesagt, also da ich mich halt mit den Attacken nicht auskenne, ist das Problem, dass ich auch so wie gerade eben zum Beispiel nicht wusste, dass Bylaws dann einfach doch noch, äh, ausweichen kann. Beziehungsweise einfach nochmal zurückangreifen kann, wenn ihr wisst, was ich meine. Also ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Konter war oder was auch genau, aber was soll's. Äh, das wird nicht, das war eh klar. Aber, hey, du kriegst trotzdem einen Schaden, ich trau mich mit Roy nicht wirklich, ja, runterzuspringen. Oh, ich hab mich so noch gerettet. Äh, ich trau mich mit Roy nicht wirklich runterzuspringen, ist das Problem, weil er sich ja nicht so übertrieben gut retten kann. Und von da hab ich immer ein bisschen Angst, ähm, wenn ich mich, ja, wenn ich irgendwo runter, irgendwo runterspringen, dass ich dann sterbe. Und von daher trau ich mich oft nicht wirklich. Bisschen Problem vielleicht, aber was soll's. Komm. Ja, ich konnte schon wieder ausweichen. Ich kann jedes Match der Attacke ausweichen, find ich gut. Beziehungsweise der Ult. Oh Gott, ich hab mich selber umgebracht. Okay, so viel dazu. Das war jetzt wirklich ein bisschen ungünstig, weil da hätte ich definitiv nicht sterben müssen. Eigentlich. Hätte ich mich nicht einfach selber umgebracht. Gut, äh, hallo, möchtest du noch irgendwie was machen? Ja, du bist vermutlich sowieso down. Das heißt, ich muss gar nicht mehr meine Fähigkeit eigentlich einsetzen. Also meine Ult. Aber gut, das Gute daran, dass ich die Ult hab, ist, dass, ähm, Beiloth jetzt vermutlich vorsichtiger spielt. Ich hab eigentlich meinen Schutz gemacht. Äh, scheinbar nicht rechtzeitig. Gut, jetzt bist du eh down. Also, ich hab meine Ult immer noch. Ja, die geht nachher Zeit selber weg. Ganz vergessen. Das heißt, ich hätte sie wahrscheinlich doch einsetzen sollen. Wär wahrscheinlich klüger gewesen. Gut, äh, hallo, Beiloth. Du stirbst jetzt gleich. Ja, danke schön. Und, komm, nochmal den Hit. Und jetzt bist du nicht down, weil ich mich noch getroffen hab. Schade. Ja, jetzt bin ich tot. Okay. Wurde auch mal Zeit. Ja, mit 93% überlebe ich die Ult auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Fan davon, ähm, wenn Leute Matches mit Ult machen. Keine Ahnung. Mag ich irgendwie nicht so. Weil ich finde die Ult, keine Ahnung, ich weiß nicht so. Also, ich finde es manchmal ein bisschen blöd, wenn man halt einfach dann nur durch die Ult gewinnt. Beziehungsweise, was heißt durch die Ult gewinnt? Wenn man halt einfach dann durch die Ult einen Kill macht. Das finde ich oft ziemlich blöd. Aber was soll's. Ich meine, ich hab ja so oder so gewonnen. Hey, schon wieder gewonnen. Perfekt. Ja, also ich hab Roy schon vor ein paar Wochen nochmal gespielt. Ähm, aber jetzt nicht viel wirklich. Und sonst hab ich in den letzten Mal in den letzten Monaten gespielt. Hey, schon wieder gegen dieselbe Person. In dem Video, was ich davor aufgenommen hab, hab ich auch dreimal gegen dieselbe Person gespielt. Obwohl ich jedes Mal auf, ähm, nein, nicht gegen dieselbe Person spielen gedrückt hab. Aber gut, ähm, ja, diesmal hab ich ja auch schon wieder gegen dieselbe Person spielen gedrückt. Äh, hat Byleth aber nicht gemacht. Also von daher, ja, kann sich nicht mehr retten. Von daher liegt's auch nicht daran, dass wir schon wieder, äh, gegeneinander spielen. Äh, okay. Okay, danke, dass du dich davon hast treffen lassen. Davon nochmal perfekt. Dann davon nochmal. Und ich glaube, das Match hab ich ziemlich wahrscheinlich gewonnen. Ich weiß, es ist etwas früh, das zu entscheiden. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass, ja, ich das noch verlieren werde. Ich mein, ich hab bisher grad mal 17%, ja, 25 jetzt. Oh Gott, das war dumm. Äh, durch einen Hit bisher erst Schaden bekommen. Dafür lass ich mich jetzt ganz gut treffen. Aber sonst hab ich insgesamt noch nicht so viel Schaden bekommen. Und, ja, ich, ich bezweifle mal, dass ich das verliere. Hey, Ult mal wieder. Und du hast mich nicht erwischt. Perfekt. Dann kann ich dich dadurch auch nicht erwischen. Du kriegst den und bist tot. Okay, interessantes Match. Relativ eindeutig. Ich hab jetzt viel zu viel Smash-Fertigkeit. Wenn ich jetzt gegen andere Gegner spiele, werd ich wahrscheinlich Instant verlieren. Hey, gegen jemand anderes, gegen Mewtwo. Okay, ich bezweifle mal, dass ich gewinnen werde. Weil 2,8 Millionen Smash-Fertigkeit ist definitiv nicht so viel, wie ich vermutlich haben sollte mit Roy. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Äh, ja, darauf hab ich nicht so viel Bock, auch, dass du das auflädst. Gut. Also, wie gesagt, ich bin mit Roy jetzt nicht so gut, dass ich, ähm, so viel Smash-Fertigkeit haben sollte. Würde ich zumindest behaupten. Also, ja, was heißt, würde ich zumindest behaupten. Ich, ich, ich würde sagen, dass es definitiv stimmt. Mewtwo lässt sich aber auch gerade sehr, sehr gut treffen, ne? Gut, du bist da. Ich hab 22% bisher nur. Was heißt... Ah, ja. Wenn ich jetzt davon nicht getroffen wär, denn würde... Gut, es ist egal, ob ich davon getroffen oder nicht. Ich liege ja immer noch ziemlich eindeutig vorne. Aber, ja. Okay. Hm. Scheint zumindest fairer als das letzte Match zu werden. Gut, du kassierst noch einmal. Und noch einmal. Und wirst dich eh gleich noch retten. Und bist nicht down. Würde wir auch zuschauen, hätte der jetzt getroffen. Ey, ich werde sogar noch angegriffen. Und die Flecknummer ist down. Gut, da steht 2-0. Das heißt, ich müsste rein theoretisch eigentlich einfach nur noch abhauen. Zumindest rein theoretisch. Also, keine Ahnung. Ich meine, ich muss eigentlich gar nicht mehr wirklich mitkämpfen. Ja. Ich hätte zwar mein Abi machen können, aber ich glaube, dann wäre ich danach down gewesen. Von daher hätte es sich eh nicht so gelohnt. Hey! Ich liege mit einem Kill bisher vorne. Okay. Wenn ich das jetzt klug runterspiele, dann sollte ich eigentlich nicht mehr verlieren können. Würde ich zumindest behaupten. Und? Du bist nicht down. Ich habe mich auch gewundert, wenn du da doch schon gestorben bist. Gut. Davon natürlich auch nicht. Okay. Ja. Ich habe auf jeden Fall gewonnen. Also... Ah! Bitte, 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 bitte. Ja, ja, ja. Okay, okay. Das wäre fast wie meine eigene Dummheit noch zu einem Sudden-Dev gekommen. Ja, dann haben wir vier Runden, die ich alle gewonnen habe. Weshalb auch immer. Doch, ich glaube, ich habe alle gewonnen. 3,2 Millionen Mehrwertigkeit. Holy shit. Gut, dann habt ihr euch in den Dagen. Bis zum nächsten Folgen. Bis zum nächsten Stream. Und ja, ciao, ciao.